ja zum letzten diesen wunderschönen tag mit tausende karten war auch viel müll oder vielleicht doch nur ich weiß das gar nicht frankenmut farming map ist ein update keine panik ist jetzt nichts neues wobei die performance technisch ein bisschen flackert aber scheiß ich wandern die karte an sich ist ja bekannt und die gibt es ja schon länger so ist es nicht ich finde sie aber immer noch nach wie vor sehr interessant das muss man mal sagen aufgrund der größe hat sie eigenschaften nicht dass sie nahe ist das ist amerikanische die die ich jetzt meine ist holländisch aber hollische feld zu den feldern finde ich ganz gut hatte auch immer ein gutes baumenü ich renne hier mal rüber und nicht viele würden jetzt sagen ja aber die karte hat nun update bekommen genau also schneemassen änderungen wald kaufen man kann jetzt mehrere gebäude kaufen man kann mehr verkaufen die entsprechend kannst du so gesehen die ganze karte umbauen ich sehe aber auch hier in den gräben ist wasser drin ich habe sie mir nämlich nicht mehr angeguckt seit den letzten gefühlten zehn updates und wasser in den gräben das ist schon mal cool wir rennen mal rüber ich habe da schon lange nicht mehr geguckt wir gehen mal in den baummenü gezumpel rein kann man denn auch wirklich alles verkaufen kleiner blick mal was nimmt er das ja das ist nämlich das problem ich wollte immer den den gezumpel der kram alles andere würde annehmen gut wir gehen mal hier rüber ja farm und dings landscaping war ja auch immer ganz cool ich weiß jetzt bloß nicht hat er jetzt noch alles drin ne schade dann verwechsel ich das mit der anderen karte mit der ilio noise schieß mich dort trotzdem möchte ich mir die noch mal angucken was er hier so gemacht hat er die zwei gebiete weil gebiete die gekauft werden können die geforst werden können und so weiter aber performance technisch muss man ganz klar sagen extrem gut ne vielleicht sollte ich ja mit den lord mal eine mecklenburg-vorpommern aufgrund dieser größe bauen mit den feldern natürlich nicht ganz so eckig weil das gibt es in mecklenburg-vorpommern nicht aber ihr wisst schon was ich meine wäre doch mal was mehr so auf ende oder wir bauen gleich vom landwirt mv die karte nach die umgebung da wo unser kleiner klausig schmatze herkommt so na gut ist der stelle die karte aber sie läuft weil sie halt so klinisch ist aber wenn ich das jetzt vergleiche die hier mit der anderen us karte die von gekommen ist ist das aufgrund der verarbeitung besser es ist aber auch sehr klinisch aber hier sind ja wenigstens wassergräben und so finde ich schön dass er da endlich wasser reingemacht hat früh gab es das hier auf der karte nicht die straßen sind schon gut muss man sagen dahin ist verkauf alles gucken gleich mal wegen kauf parzellen da hat er was geändert wobei ich glaube die eu neues schieß mich tot da wo die felder mit wasser überschwemmen und diese ganzen extra futures ich glaube diesen ticken beliebter aber die hier schon echt schön also performance technisch ist die heftig oder mega gray hier wir gehen aber mal kurz rauf das kann man kaufen das kann man nicht kaufen ach da sind die weltgebiete ok weiß bescheid kann man jetzt alle kaufen die shops leider nicht das heißt man kann die umgebung nicht ändern sehr schade gut auf dem pc wäre das jetzt egal weil auf dem pc hast du freelance gabing das heißt du kannst überall bauen auch mal eine schöne erfindung für eins mal sowas zu machen dass wir alle sachen kaufen können und bauen naja die schneemaske wurde verändert auch bei gebäuden wenn man verkauft und kauft dass genug schnee und auch nicht schnee da ist es wurden waldforst bearbeitet früchte texturen grafiken habe nicht gesehen man muss schon echt seine grafik ist aufgrund der performance enorm die ist extrem stabil und ist eine schöne us-karte wobei ich glaube die eon noise so wie die heißt die ist ein ticken hat ein bisschen mehr scham also was heißt ein bisschen mehr scham die ist mehr schischi also ein bisschen dirty aber man muss sagen diese gebäude hier die feiere ich immer noch ne das ist schon geil da muss ich ja mal kurz rein auch nicht zu lautes tor schön entspannt schöne schöne ja die 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 oma die oma tana die die olle einen scherz ist nicht böse gemeint die hat ja auch noch ein scheuen gebäude gebaut oben mit schlaffuchsen und so dann ist heute noch ein eu haus gekommen hier sind so viele sachen heute gekommen die auch gut sind das man nicht damit aber das sind aber auch maschinen hier leck um you also wenn wir mal oder immer bock hat per die spima riesen maschinen hier sind wir gut aufgehoben ne alter schwede guckt euch das an lecko mio ja ich bin der hof mit den 3000 ps also insgesamt insgesamt ja gut ich will euch auch damit nicht lange nerven das ist nur ein kurzes video hierzu gab es auf jeden fall ein update ist nach wie vor noch eine schöne karte aber ich glaube ich wäre so eine neue karte ne diese weiße mit den kanalen wie die genau heiß ich weiß das nicht ne da das wäre so mein viel das hat aber damit zu tun wegen der überschwemmung der felder an ist so ein bisschen dirty touch ne das wäre so meine us karte aber die hier hat eine unglaublich gute performance und ich denke mal so für playstation 4 pro spieler ist das hier schon eine sehr gute karte die sauber läuft ne ich hoffe bloß dass in zukunft nicht mehr so viele updates auf diverse karten kommen also dass sie fertig werden und laufen klar aber dass nicht mehr so viele updates kommen weil man muss immer wieder neu anfangen und da haben die leute keinen bock drauf ne gab es im 19er nicht so oft im 19er war das so dass jede karte meistens ein update bekommen hat und dann lief das ding so edelbach geiselsberg einmal update und dann war gut und dann kam auch nichts mehr und die leute konnten sich einspielen jetzt ist es ja so gefühlt zehnmal update weil jeder möchte sein baumenü vergrößern möchte multi frucht rein machen und jedes mal muss man ein neues safe game machen dass das da wirst du affig von aber giants giants hat ja heute muss man sagen ganz klar unglaublich viel scheiße auch durchgelassen an karten ja ihr könnt das ja feiern ich nicht und da frage ich mich immer noch wo ist das problem mit der st kalle wegen schatten ich habe vorhin auf der einen karte gesehen die hatte 17 mal schatten verkehrt es ist definitiv schikane was der giants macht aber gut scheiß die wand an wenn sein kalle da ist dann haben wir eine porno karte dann kommt noch die new mini brunnen dann kommt noch lord und ich mit einer anderen karte dann kommt noch das update der oberkirchheim mit multi frucht danach könnt ihr also abzappeln wie ihr wollt ne also danach kommt nichts mehr Thema elabach sind wir ja noch dabei die nicht elabach heißt mit doppel l sondern 1l aber den gleichen namen kannst du nicht nehmen oder wir nehmen ganz neuen namen könnt ihr dann aussuchen müssen wir mal gucken man könnte diverse sachen machen aber das sehen wir dann das ist in der laufe der nächsten wochen und monate für die neuen karten gut ich wünsche euch auf jeden fall einen wunderschönen tag dankeschön fürs liken auch dankeschön fürs disliken jeder aufruf zählt das ding an der sache ist wir sind die tage dann wieder live es kommen jetzt aber noch gameplays videos information informationen für kanalmitglieder das heißt neue maschinen informationen sowie fotos von der karte von mir lord also wer mitglied ist hat klaren vorteil gut ich bin raus neuer palmi ja Ich weiß Wie sagt der norddeute tschüss Ja das sagt der bauer pietenbring Moin sag ich einem hallo sagen und ich sagte schönen tag noch ist dann Ciao.